Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DD-Video-Report. Ich befinde mich heute hier zwischen zwei Autobahnenauffahrten. Ich gehe mal kurz in den Berg gucken, um euch mal zu zeigen, wie das Ganze aussieht. Wie ihr seht, ist auf der einen Seite die Abfahrt und auf der anderen Seite befinden sich die Autobahnabfahrt. Autobahn A19, falls jemand interessiert, ist es hier vorne. Und ja, ich habe Feierabend. Draußen scheint die Sonne, wie man sieht. Wunderbares Wetter. War richtig Spaß. Wäre der Wind heute nicht so. Da gehe ich wieder ein bisschen runter, den Berg. Wäre der Wind heute nicht so schlimm, könnte man auch sagen, wäre es ein schöner Tag für den Garten, wo man sich sagen könnte, man geht in die Sonne und lässt sich bräunen. Mal gucken, ich habe heute nur ein ganzes Tag Zeit für ihn, war das auch noch. Genießt auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt auch bei euch Sonnenschein, schönes Wetter. Genießt auf jeden Fall den Dienstag. Und wir sehen uns auf jeden Fall schon am Mittwoch wieder zu einem neuen Daily-Video-Report bekommen, von wo ich am Mittwoch das Video aufnehmen werde. Jetzt genau zwischen Autobahn A19 Auffahrt und A19 Abfahrt. Geht bei Rostock, falls ihr mit wissen will. Also denn, macht euch einen schönen Tag, schönen Dienstag, schönen Sonntag, wie auch immer. Sonntag, naja, so wie ihr versteht. Sonntag. Bis zum nächsten Mal, euer Marco Lorenz. Denkt dran, abonnieren, teilen, abonnieren, teilen, abonnieren, teilen. Und tschüss.